Ich wünsche allen einen schönen guten Morgen, herzlich willkommen zu einem kurzen Marktupdate. Gestern gab es nach den US-Verbraucherpreisdaten heftige Reaktionen an den Finanzmärkten und das wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen. Bevor es losgeht, wie immer, der obligatorische Risikoinweis, der Handel mit CFDs, der ist mit gewissen Risiken verbunden. Dessen sollten sich bewusst sein und ich möchte an dieser Stelle betonen, dass ich keine Handelsempfehlung ausspreche. Der S&P 500 konnte gestern nicht über das Tageshoch vom Donnerstag ausbrechen. Erst gab es den starken Rückgang, dadurch sind Ungleichgewichte am Markt entstanden und der Markt ist also zurückgekehrt in den ursprünglichen Bereich. Dann gab es den Test des entscheidenden Widerstands. Es kam allerdings zu einem Fehlausbruch und dann wurde auch eine lokale Unterstützung unterschritten. Die Bullen im DAX wurden gestern ebenfalls ausgebremst, konnten das Tageshoch vom Freitag nicht nachhaltig durchbrechen. Es gab zwei Fehlausbrüche und ebenfalls einen Rückgang unter die lokale Unterstützung. Euro-Dollar testete zum dritten Mal die Unterstützung bei 1,0714. Und diesmal war der Bruch nachhaltig, also heute im vorbürstlichen Handel vor der europäischen Öffnung. Gestern konnte das Paar sich sogar kurzzeitig mal bis 1,08 erholen, aber auch hier waren die Gewinne letztendlich nicht nachhaltig. Gold konnte den Widerstand bei 1.866 Dollar nicht durchbrechen. Daraufhin gab es einen weiteren Rückgang und eben auch die Trendbestätigung. Mittlerweile wurde das 61,8% Retracement der übergeordneten Aufwärtsbewegung erreicht. WTI nähert sich der Unterstützung bei 77 Dollar und 44 Cent. Hier gab es ein Ungleichgewicht, Trendbestätigung und dann der Rückgang gestern. Allerdings muss hier auch beachtet werden, dass bereits kurzfristige Unterstützungsmarken nicht gehalten haben. Und das könnte darauf hindeuten, dass die Ölsorte WTI möglicherweise mit mehr Verkaufsdruck konfrontiert werden könnte, zumindest im kurzfristigen Bereich. Bitcoin durchbrach gestern zwei wichtige Widerstände, die hatten wir uns markiert und das signalisiert eigentlich, dass hier möglicherweise ein neuer Aufwärtstrend entstehen könnte. Lass gerne einen Daumen da, wenn euch der Content gefallen hat. Mehr Analysen gibt es in meinem Video von heute Morgen. Den Link finden Sie dann wie immer unten in der Beschreibung. Viel Erfolg für heute und bis zum nächsten Mal.